Du hast mir noch nie erzählt, dass du mal eine Trophäe gewonnen hast. Ich gebe nicht gerne an. Du bist dann der Beste, wenn jeder der besser ist vor dir K.O. Gehst du zufällig zur rechten Zeit, am rechten Ort, dann denk an dein Training. Denn du bist jetzt der Beste, der beste Ball, einig und letzter.